Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zur Vorschau auf unser Heimspiel gegen Werder Bremen. Der 30. Bundesligaspieltag steht vor der Tür, sprich noch fünf Spiele sind zu gehen und dann wissen wir, in welcher Liga es in der kommenden Saison für uns weitergehen wird. Und nun am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel der Woche empfangen wir unseren Mitaufsteiger Werder Bremen und das wird natürlich ein sehr besonderes Duell werden für uns, weil es unfassbar wichtig ist. Und ich denke mal, das können wir auf jeden Fall so sagen und ich bin sehr gespannt, was wir eben auch dann am Samstagabend von unserer Mannschaft sehen. Es ist ein Match, welches nochmal mehr Bedeutung bekommen hat durch unseren schwachen Auftritt beim SC Freiburg. Denn wir alle sind uns glaube ich einig, dass auch dieses Auswärtsspiel nach der Pleite gegen Hoffenheim schon unfassbar schwach war und natürlich generell die letzten Spiele auch mit der Pleite gegen Leverkusen, dem unentschiedenen Augsburg, so ein bisschen, ja, die Stimmung jetzt ein bisschen getrübt haben. Es gab natürlich diesen unglaublich wichtigen Erfolg gegen Hertha BSC mit dem 5 zu 2 Erfolg und daran musst du jetzt anknüpfen. Und meiner Meinung nach ist auf jeden Fall schon auch die Chance da, dass das unsere Mannschaft schaffen kann. Wir spielen gegen Werder Bremen und wenn man natürlich unsere Mannschaft mit Werders Mannschaft vergleicht, dann kann man auf jeden Fall sagen, haben die möglicherweise als Aufsteiger vieles besser gemacht. Man ist dort Tabellen 12 da, steht durchaus souverän da in der Bundesliga und hat vor allen Dingen auch eine wirklich starke Hinrunde gespielt. In der Rückrunde hat man aber schon durchaus seine Probleme. Seit Anfang März konnte man nur ein Spiel gewinnen und das war letzte Woche gegen Hertha BSC. Dort gab es für Werder einen 4 zu 2 Erfolg. Für mich aber trotzdem die Woche zuvor nochmal bedeutender, denn da hatte Bremen schon echt wirklich Probleme gehabt. Und ich glaube schon, dass auch dort in einer gewissen Art und Weise die Chance für uns liegt. Wenn du gegen Werder eine ähnlich engagierte Leistung zeigst wie gegen Hertha von Anfang an drin bist im Spiel, dann ist da, wie ich finde, auf jeden Fall etwas möglich. Und ich bin sehr gespannt, ob das dann auch am Ende wirklich so kommen wird. Ich persönlich bin auf jeden Fall überzeugt davon. Blicken wir nun erstmal auf unser Personal vor dem Spiel, denn das ist natürlich immer eine wichtige Frage. Wer ist fit? Wer fällt aus? Wen haben wir so zur Verfügung? Und dort gab es auf der gestrigen Pressekonferenz von Thomas Reis logischerweise einige Aussagen zu. Denn auch hier gibt es erstmal grundsätzlich ganz gute Nachrichten für unseren Kader. Es geht in die richtige Richtung, auch wenn uns beispielsweise einer Viral-Fährmann auch gegen Bremen auf jeden Fall fehlen wird. Ansonsten war ja Thomas Ovian diese Woche mal krankheitsbedingt raus aus dem Training, ist aber auch schon seit gestern wieder voll mit dabei und somit fit. Matriciani hatte ja muskuläre Probleme unter der Woche gehabt, doch da hieß es jetzt im Großen und Ganzen, dass es dort keine Probleme gibt. Und auch Moritz Jens konnte sehr viel mittrainieren. Man musste immer so ein bisschen schauen, wie es funktioniert, aber er ist deutlich weiter nochmal als letzte Woche und somit haben wir dort auf jeden Fall kein Problem für Bremen. Auch Maya Yoshida ist wieder voll im Training. Da hat Reis gesagt, muss man nochmal so ein bisschen die letzte Einheit abwarten. Es wirkt aber so, dass es funktioniert. Bei Cedric Brunner ist auf jeden Fall der Plan, dass er nächste Woche wieder voll ins Training einsteigt. Laut der Bild-Zeitung hoffte man ja dort sogar auf ein Blitz-Comeback gegen Bremen. Laut Reis kommt das Spiel morgen aber nochmal zu früh. Über Tim Skarke wurde bei der Pressekonferenz nicht gesprochen. Er wird uns aber sicherlich gegen Bremen fehlen. Positiv ist es dann schon eher bei Sebastian Polter, denn der trainiert seit circa anderthalb Wochen wieder voll mit der Mannschaft. Er hätte wohl schon gegen Freiburg im Kader stehen können und ist nun wohl auch eine Option für das Spiel gegen Bremen. Kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Und grundsätzlich hat auch hier nochmal Thomas Reis betont, dass es auf jeden Fall so ist, dass man auch nun bei manchen Spielern ins Risiko geht. Sprich, auch wenn sie vielleicht nicht bei 100% sind, wird man sie reinschmeißen, wenn man einfach denkt, dass das für das Spiel richtig ist, dass man sie einfach zwingend braucht. Und ich glaube, dass das auch in so einer Endphase der Saison vollkommen richtig so ist. Natürlich hat unser Spiel letzte Woche gegen Freiburg allesamt enttäuscht. Er ist recht, dass man sich da am Ende hat so gehen lassen, wenn man das so sagen möchte, so bespielen lassen von den Freiburgern. Aber jetzt heißt es eben auch, Krone richten, wieder aufstehen, Attacke gegen Bremen. Und da scheitert es natürlich auch nicht, die wichtigsten Spieler mit dabei zu haben. Zumindest so weit, wie es eben dann möglich ist. Und deswegen schauen wir natürlich auch mal auf unsere potenzielle Startelf. Und da glaube ich schon, dass Thomas Reis einiges verändern wird. Und so sehe das dann mal in meiner Planung aus. Im Tor bliebe es bei Alexander Schwolo, weil eben Ralf Fährmann ausfällt. Ich persönlich finde es auch zu einfach und nicht richtig, nur auf Schwolo rumzuhacken, was einige wieder letzte Woche getan haben. Er ist natürlich einer, der unserer Hintermannschaft sicherlich nicht so helfen kann wie Ralf Fährmann. Er braucht aber auch einfach sicherlich den Support wie unsere gesamte Mannschaft. Thema Viererkette wird, glaube ich, Maya Yoshida damit auf jeden Fall in die Startelf zurückkehren, neben Moritz Jens. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, was machen wir bei den Außenverteidigern? Auf rechts fehlt, wie ich finde, ein Cedric Brunner schon extrem. Henning Matriciani und Memo Aydin wären natürlich hier die Möglichkeiten. Aydin gegen Freiburg eingewechselt, hat es, wie ich finde, okay gemacht, hat sich aber halt auch nicht zwingend aufdrängen können. Und deswegen glaube ich schon, wird es hier, wenn er wirklich topfit ist, bei Matriciani bleiben. Auch bedingt dadurch, dass ich auf der linken Seite erneut Jere Uronen sehe. Auch ihn persönlich fand ich gegen Freiburg echt nicht gut. Und auf der Position muss man sich für den Sommer auf jeden Fall was überlegen. Bringt aber jetzt nichts. Und vor allen Dingen auch gegen den sehr, sehr offensiv starken Mitchell Weiser hilft uns, glaube ich, ein Uronen nochmal deutlich mehr als ein Thomas Orvejan. Doppel 6, Alex Kral natürlich gesetzt. Daneben wird, glaube ich, Tom Kraus zurückkehren. Man könnte es natürlich dann auch mit Kraus, Kral und Latzer spielen. Glaube ich persönlich aber nicht. Eben auch, weil ich davon ausgehe, dass Rodrigo Salazar mal wieder eine Chance bekommt. Er ist ja hier der Konkurrent zu Dominik Drexler, der gegen Freiburg nahezu unsichtbar war. Zur Pause ausgewechselt worden ist. Salazar für mich auf jeden Fall ein ernsthafter Kandidat für die Startelf. Bei den Flügeln gehe ich von keiner Änderung aus. Marius Bülter wird auf jeden Fall starten. Kenan Karaman, denke ich auch. Und im Sturmzentrum ist dann halt so ein bisschen die Frage, Terodde oder Frey? Für mich aber schon auch die relativ klare Antwort Terodde. Ich glaube, er wird uns auch als Spielertyp und auch als Typ generell gegen Werder Bremen deutlich mehr helfen. Michael Frey dann eher wieder auf der Bank. Oder vielleicht gibt es ja auch die Überraschung, dass Sebastian Polter in die 1. Elf reinrückt. Das wäre, glaube ich, für mich aber noch ein Ticken zu früh. Ich denke mal, er wird jetzt erstmal wieder durch Joker-Einsätze herangeführt, weil man eben auch da natürlich ein bisschen gucken muss, nach so einer Verletzung, wie es dann wirklich aussieht. Aber so könnte ich mir unsere Startelf auf jeden Fall schon vorstellen. Sprich, im Vergleich zur Vorwoche, Yoshida, Kraus und Salazar rein in die 1. Elf. Kaminski, Latza und Drechsler raus. Also auch nicht irgendwie drastische Veränderungen, dass wir die halbe Mannschaft austauschen, sondern schon ein bisschen bedacht. Und ich glaube, das könnte wirklich auch dann ganz realistisch sein. Blicken wir nun nochmal auf unsere Bank. Und da habe ich dann mal folgende Spieler rausgepickt. Natürlich dann im Tor wieder Michi Langer. Und ansonsten muss man da so ein bisschen gucken, wer ist fit und wie macht man es taktisch. Ich habe dann mal Leo Greimel, auch wenn ich ihn als Typen sehr mag, aus dem Kader komplett rausgenommen, weil eben Yoshida wieder reinrutscht. Kaminski dann eher auf die Bank. Aydin und Ovejan haben wir noch als Außenverteidiger. Plus Matriciani auf dem Feld, der eben auch innen spielen kann. Wäre es für mich irgendwie unlogisch, zwei Innenverteidiger mitzunehmen. Für das zentrale Mittelfeld blieben eben dann Tauer und Balanta auf der Tribüne, weil wir eben dann hier Kraus wieder zurück haben. Plus Latza und Drechsler auf der Bank. Auch da hättest du genügend Alternativen. Offensiv Tobias Mohr, den du natürlich dann reinschmeißen könntest. Michael Frey und Sebastian Polter. Persönlich kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass man sogar Frey und Polter mitnimmt. Ich glaube, wenn die Saison noch länger gehen würde, könnte sogar Polter den Kaderplatz von Frey einnehmen. Jetzt fürs Bremen-Spiel, jetzt sind wir richtig, könnte ich mir sogar vorstellen, dass beide auf der Bank sitzen. Eben bedingt dadurch, dass die offensiv einfach Alternativen fehlen, wie zum Beispiel Tim Skarke. Klar, es wäre auch eine Option, einen Sepp Vandenberg mitzunehmen oder eben einen Greimel als wie angerissen weiterer Innenverteidiger oder auch ein Niklas Tauer als flexibler Defensivspieler. Ich würde es aber so machen, weil du dann auf jeden Fall taktisch und rein nominell am flexibelsten aufgestellt bist und damit eben auch die besten Möglichkeiten hast, durch Einwechslungen nochmal etwas zu bewirken. Und somit war das jetzt mal meine Vorschau auf unser Heimspiel gegen Werder Bremen. Und ich glaube auf jeden Fall schon daran, dass unsere Mannschaft mal wieder in Heimspielen ein anderes Gesicht zeigen wird, im Vergleich eben dann auch zum Freiburg-Spiel. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir gegen Werder Bremen eine Chance haben zu gewinnen. Wir brauchen effektiven Offensivfußball, sehr, sehr sicheren Defensivfußball und dann wirklich auch eine gute Mischung im Mittelfeld, um Werder Bremen bespielen zu können. Plus natürlich auch ein toller Support von den Rängen. Ich bin aber auch überzeugt, dass es den auf jeden Fall geben wird und wir gemeinsam das packen werden. Denn ich bin mir auf jeden Fall sicher, gegen Werder Bremen. Und das soll nicht, es möchte nicht gegenüber Werder klingen, ist ein schwieriger Gegner, aber gegen Werder Bremen musst du gewinnen. Sonst wirst du aufgrund des schweren Restprogramms im Abstiegskampf nahezu keine Chance mehr haben oder positiv ausgedrückt. Dann wirst du auf jeden Fall ein Fußballwunder benötigen. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zum Spiel, zur Aufstellung, zur Bremen gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anale Schalker.